Und wieder ne Runde, ey. Man sollte ja nicht trinken vom Spielen. Also, jetzt nicht im alkoholischen Sinne. Egal. Nein! Durcheinander. Warum wollen die alle rechts rum? Ah, die wollen nach G. Vielleicht mir mal ne schöne Position suche. Darf ich da links auf dem Berg? Darf ich hier runterschießen? Gibt Stoffen. Blöde Karre. Ja klar. Der Heli mal wieder. Okay, da unten sind ein paar Leute von mir. Das heißt... Javonimo? Naja, das weiß. Nicht so intelligent. Man kann ja irgendwie selbst die Karren von Verbündeten rumfahren. Da stehe ich mich besser mal da auf den Berg. Ein bisschen besser im Überblick. Das ist nicht weit weg. Oho. Nö, da mach ich nen Abgang. Ne, das ist einfach mit behinderten Berg hochspringen. Da geht der ein Mini-Helikopter down. Little Bird oder was auch immer. Wieso geht der nach rechts? Ich hab doch, wir haben doch nichts gegen Panzer. Der hat doch, ich mein, der... Okay, zwei Hitmarker. Hilfe bei Kellen. Immerhin. Da ist einer gestorben. Und da kann ich nichts mehr gegen machen. Schade. Achtung, Anale Soldat! Das Einsatzziel wurde neutralisiert. Over! Ja, das war nix, Junge. Das war gar nix. Nicht mal ein Lebenspunkt hat er mir abgezogen. Boah, irgendwie ist hier grad nicht viel los. Ja. Erst mal gucken, was hier so los ist in der Mitte. Da hab ich einen gesehen. Das seh ich. Mündungsfeuer. Was hab ich denn jetzt für'n komischen Bildschirm? Warum seh ich einen Freund von mir? Ach, ich wurde Team geswitcht. Ah! Da hab ich noch nie. Da hab ich noch mal Zeit, den Panzer rauszuholen. Ja, da hab ich noch mal Zeit, den Panzer rauszuholen. Da hab ich noch mal Zeit, den Panzer rauszuholen. Zu niedrig. Waaat? 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 ich hab so das blöde gefühl ich hab da ich hab natürlich mal wieder nichts um mich zu reparieren und dann alles lassen sollte man abwerfen und zugunsten neuem aufnehmen das kümmern sich doch nicht das ist das ist Das war's. Oh. Den hab ich nicht gesehen. Nun denn, trotzdem ne schöne KD für den Anfang. Fangen wir nochmal bei A an. Und hol uns diesen Gottverdammten Sniper, den ich da vorne gesehen hab auf der Minimap. Oder, wiederhole, ein feindlicher Panzer, den er weiter sieht. Feindlicher Sniperbeschuss in eurem Gebiet, over. Achtung, ab dem feindlichen Klieg kommt dein eurem Gebiet, gesichtet, over. In eurem Gebiet ist ein feindlicher Panzerwagen. Rückt mit äußerster Vorsicht weiter vor, over. Sehr dunkel. Etwas zu dunkel für meinen Geschmack. Damit hat er nicht gerechnet. Wo war denn der? Na, da oben. Nervig. Vor allen Dingen so leise. Wir haben nicht mal mehr A. Und Panzer haben auch keine mehr. Fahren die die einfach raus und lassen die stehen? So als Kalonenfutter? Ja, hier bitte schießt mich ab, hallo, hallo. Mich bitte abschießen. Leicht gepanzertes Fahrzeug. Ah, wieder ist es so. Bescheuert. Ein feindlicher Panzer wurde in eurem Operationsraum gesichtet. Rückt mit. Augen offen halten. Ich habe den feindlichen Gesicht, over. Da hat einer vergessen zu schreien, Baumfeld. Ich, äh, habe gerade den feindlichen Panzer in eurem Bereich gesichtet, over. Hab den feindlichen Leichtpanzer gesichtet, over. Wir haben das Einsatzziel neutralisiert, over. Vorsichtig. Au. Au. Da hat einer aber einen Aiming drauf. In eurem Gebiet ist ein feindlicher Scharfschütze. In eurem Gebiet ist ein feindlicher Scharfschütze. Oh, scho. Ich habe den feindlichen Leichtpanzer gesichtet, over. Boah. Was ist denn da los? Wow. Großer Helikopter. Ich habe den fünf oder sechs Schüsse reingedrückt. Warum ist der nicht einfach gestorben? Ich habe es auf Kamera. Ich habe den getroffen. Mit meiner Waffe. Meine Fresse, ey. Und dann auch noch diese scheiß Spawncamper. Nein. Der will jetzt wahrscheinlich rumdrehen. Und mich... Vorsicht. Ich habe den feindlichen Sniper gesichtet, over. Okay. Esfurt. Wir haben alle Einfachziele verloren. Das ist unsere letzte Chance. Und sind wir alle erledigt. In eurem Gebiet wurde ein feindliches Wasser gesichtet. Rücken mit äußerster Vorsicht bei der Vorabschung, over. Ich habe einen feindlichen Sniper gesichtet, over. Wie soll ich denn alleine gegen so viele ankommen? Vor allen Dingen auf die Entfernung. Was machen meine Jungs denn da? Natürlich. Ich fahre gegen irgendein Gegenstand. Bin fast instant... Instant damage. Das ist eine Scheiße hier. Das ist eine Scheiße hier. Natürlich. Natürlich. Ein Monster-Aiming. Bin ich der Einzige, der sich hier mal raustraut? Natürlich. Ich habe den eben doch schon wieder irgendwas mit 10, 20 Schüssen reingedrückt. Was ist denn hier los? Wird man hier im schlechteren Team noch schlechter gemacht? Ich bin hier los. Ich habe einen feindlichen Panzer gesichtet, oben. Ich habe einen feindlichen Soldaten in euch. Aufpassen, ich habe einen feindlichen Soldaten in euch. Keine Chance. Versuche ich es halt über links. Versuche ich es halt über links. Ich habe einen feindlichen Soldaten in eurem Gebiet gesichtet, oben. Ich habe einen feindlichen Soldaten in eurem Gebiet gesichtet, oben. Kann ich jemand mal mein Fahrzeug reparieren? Ich habe gerade den feindlichen Soldaten in eurem Bereich gesichtet, oben. Achtung, ich habe einen feindlichen Soldaten in eurem Gebiet gesichtet, oben. Und mein Soldat hat wieder Einbildung. Ich habe einen feindlichen Soldaten. Kann ich da Munition Was du kannst, Junge, kann ich ja auch Ja, denkste, nix da, ich bleib jetzt auf der drauf Wir haben das Einsatzziel verloren Ja, wenn der auf mich schießt, muss er damit rechnen, dass ich zurückschieß Der wird wahrscheinlich hier hoch, oder? Ja, natürlich, durch die Gegend lecken Wahrscheinlich so ein Typ mit 100er Ping oder so Natürlich, nachladen Nachladen Kill-Serie aufgehalten Der muss jetzt aber echt mal aufgehalten werden, der Typ Wir können es meine Leute einfach so zulassen, dass wir am Spawn bekämpft werden Ich habe mich eingesehen Wenn ihr schießen könntet, könntet ihr mich vielleicht sogar treffen Oh, da schießt der Heli auf mich Ich weiß doch, wie Splash Damage aussieht Ich weiß doch, wie es ist Untertitelung des ZDF, 2020